Ich glaube wir sind alle auf verschiedenen Schiffen, Leute. Auch wenn wir alle Piraten sind, ja okay. Okay, gut. Das heißt, ich habe nur 16 Prozent bei der Abstimmung bekommen, Gott. Ja Leute, wenn wir verlieren, ihr wolltet mich nicht mit's Captain. Wer ist jetzt Captain? Bin ich jetzt Captain? Hört sich so komisch. So Leute. Läuft. Unser Captain ist Österreicher, glaube ich, der fragt ob deutsch oder englisch. Oh mein Gott, ich bin hier ja ein falsches Schiff. Alter, wie wäre es, wenn wir mal anfangen zu segeln? Na endlich. Ahoi Matrose. Okay, nein. Ich bin wieder auf so einem kleinen Schiff. Ich auch. Wir sind auf Feuer. Das sind doch unsere Schiffe da vorne. So, jetzt bin ich da. Gut. Hey Leute, wir schießen auf unser Schiff. Was macht denn ihr? Ich weiß nicht, die schießen auf Piratenschiffen. Kein Wunder, dass wir da und verlieren. Unser Captain ist schon tot. Verdammt, ich gehe bei Piraten vorbeigefahren. Oh oh, mein Schiff geht runter. Ich habe, glaube ich, das Schiff verwischt, aber sonst nix. Stopf das. So, wo ist kaputt? Oh, er hat schon. Oh oh, die Navy ist direkt neben uns, Leute. Noch nicht schießen, noch nicht schießen. Da vorne ist kaputt. Ach Gott, Leute. Wo ist Pumpe? Ja, ich weiß. Ich merke es gerade. Feuer! Okay, unser Schiff ist schon wieder gut am sinken. Wir haben acht Löcher. Oh oh, ich habe ein großes Schiff. Feuer! Ich habe das nicht daneben. Ich war es nicht. Ich schwöre, ich bin nicht so unnütz. Ey Leute, pump mal jemand, sonst mach es ich. Oh oh. So. Oh, wir sind schon weg. Unser Schiff ist schon weg. Unser ist gerade noch ein bisschen. Alter, was warten wir für einen Captain, Mann? Nee, der Bauder. Bauder, Bauder, Bauder. Na toll, ich gehe gleich unter. Oh oh. Ich bin in einem großen Schiff. Oh fuck. Sie haben uns erwischt. Komm dann, gucke. Rein damit. Feuer! Oh mein Gott, wir haben weg. Keine Materialien mehr, oder? Ach doch, hier noch ein bisschen. Sooo. Ich gehe gleich unter. Ich schaue euch noch beim Kampf zu. Dann, Leute. Einer mit. Kau pfen! Ah fuck. Oh fuck, ich wüsste mal was, ich wüsste mal was essen. Bin tot. Nicht gut. Bin wieder da. Wir haben vier Löcher. Ja Leute, ihr wolltet ja den einen als Käpt'n. Das habt ihr jetzt nicht. Soja, bin schon mal reparieren. Soja, wir müssen euch jetzt erst wieder hinterher fahren. Reparier. Reparier. Aber ich glaube, ich habe in einer Wift. Ich glaube, ich habe nur Wift erlebt, aber noch. Ihr macht das schon. Wir kommen hinterher. Ist das sonst noch irgendwas zum reparieren? Wo ist hier die Pumpe? Vorne ist noch ein Loch. Du bist fast tot. Ich schlag dich mit dem Hammer und repariere dich. Okay, der eine wollte anscheinend klettern. Wo ist die Pumpe? Wo ist die Kackpumpe? Oh, ich glaube einer ist gerade von uns ins Wasser gefallen. Direkt vor uns. Die Engländer. Sie wollen uns ranne? Bei mir steht aber auch, bei mir steht auch noch Pumping, seitdem ich das letzte Mal gepumpt habe. Alter, wo ist die Pumpe? Jetzt weg, wenn ich aufhör zu pumpen? Ja. Präparieren. Alter, unser Schiff hat einen Haufen Löcher. Ist das überhaupt? Das sind Engländer. Ja, das sind Engländer. Komm, die schnappen wir uns jetzt, Leute. Pump mal die Scheiße. Rache. Die kommen, die kommen, die kommen. Okay, okay, ich bin bereit. Au fuck, sie haben uns ja auch nicht. Nein, daneben. Chance, chance, chance. Da ist ein Loch. Komm, reparier den Scheiß. Leute, wir müssen feuern. I need Powder. Ah, anderer Seite, Leute. Sechs Bilder. Ich hab das Powder doch in der Hand. What the fuck? Oh, so bleiß, so bleiß, so bleiß, so bleiß. Was sind Supplies? Ich erkenne nichts mehr. Verdammte Kacke. Wo ist das Ding? Da kippt ein Karat. Das ist nicht so schlimm. Haben so viele Löcher. Ja, 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 ja. Ich stopp schon, ich stopp schon. What the fuck? Oh, wir haben wieder Supplies, Leute. Oh, oh. Oh fuck, ist das Engländer? Nein, das sind Piraten. Komm schon. Nachladen. Reparieren. Reparier den Scheiß. Leute, schießt, schießt, schießt. Komm, nochmal reparieren. Warum greißen wir? Schießt doch. Shit. 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 Nobi, du schießt doch. Da oben ist irgendwo die Pumpe. Wo ist die Pumpe, nochmal? Das sind Piraten, die schießen. Engländer vor uns. Oh oh. Alter, wir haben das Engländer Schiff umkreist, Leute. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Ich hab's verkackt. Scheiße. Oh fuck. Get ready. Ab zum Engländer Schiff. Äh, vier, vier. Das ist das englische Schiff. Komm schon. Weiße, wir haben keine Supplies mehr. Ja. Erobert den Scheiß. Ähm, das wird nix, ne? Ja, wir haben wieder Supplies, Leute. Oh oh. Kann ich ja Land eigentlich? Was machst du? Ich stopf, Schuss. Ach komm, Jooga. Ich will am Land weiter töten. Äh, Leute, nimmt jemand vorne die Kanone? Oh weh. Verreckt. Oh, warte, da sind Engländer vor uns. Nicht schießen, das sind doch unsere. Mal gucken. Ach, du heilige Schüsse. Wo ist hier nochmal die Pumpe? Ich muss das Schiff mal erst kennenlernen. Mhm. Enter. Powder. Äh, wir... Das war die letzte Kugelkasse. Wir wurden getroffen. Äh, da drinnen sind engländer Leute. Schneller, schneller, schneller. Ich repariere, ich repariere, ich repariere. Okay. Mal gucken. Ich kenne das Schiff immer noch nicht. Okay. Wer pumpt? Wer pumpt? Ich muss was trinken. Der fährt den Insel aber, Captain. Was ist los bei denen? Wala. Making sure you don't leave this wheel again. Das ist das Spiel. Macht den Buch fertig. Komm. Warte, den kann... Aber ich bin jetzt schon länger nicht mehr gestorben. Nachladen, nachladen. Jetzt bin ich tot. Jetzt, wo ich sag, bin ich tot. Wo sind die Engländer? Ne, bei uns. Was sind Feinde? Was zum Teufel? Warte, fuck. Alter, wir haben uns ein Schiff dabei. Irgendwie. Naja, unser Schiff ist eigentlich noch Tim im Arm. Okay, wir haben's gar nicht. Wir haben's dabei. Was macht denn die da unten? Au, wie? Wie macht ihr die Seite? Ah, okay. Man kann an den zweiten. Was? Das kann ich sein, das war ich erwischt hab. Oh, unser Captain was killed. Oh, fuck. Oh, wir haben sieben Löcher, Leute. Jetzt müssen wir uns schicken. Wir haben sieben Löcher, Leute. Leute, ich hab eine Anletik mit der Murkete. Bin nur gut. Bin nur gut. Bin nur gut. Bin nur gut. Oh, fuck. Ich bin tot. Ah, mich hat's schon wieder erwischt. Das darf ja nicht wahr sein. Nachladen. Wir gehen gleich schon wieder unter. Okay. Jetzt komm schon. Alter, wir waren zwischenzeitlich so gut und jetzt gehen wir schon wieder unter. Alter, wo schießen wir hin? Ach, du heilige Scheiße. Das stimmt bei denen nicht. Okay, wir sind wieder untergegangen. Wie sieht's bei euch aus? Wir schießen gegen die Wand. Läuft bei denen. Was zum Teufel? Wir müssen reparieren. Ja, ich seh grad euer Schiff. Ihr seht nicht mehr gut aus. Ich reparier ganz fleißig. Wir haben sechs Löcher. Ich trink mal ein bisschen. Fünf Löcher. Sechs. Ich geh gleich unter. Hilfe. Scheiße. Wir sind am sinken. Wir sind gesunken. Okay, wir ab. Alter, was macht es uns, der Käpt'n? Kamen sie uns wieder ab und vorne? Äh, wir sind gerade erst wieder auf dem Schiff gesporned. Käpt'n ist bescheuert. Ja, wir haben auch nicht die Besten. Der fährt gegen die Felswand. Was ist das für ein Vollposten? Okay, Käpt'n, dann steuere doch mal, bitte. Na, endlich. Jetzt usen wir doch irgendwo hin mal. Vor uns ist irgendwas. Wo ist der Fight? Hat ihr auch wieder gespawnt oder habt ihr überlebt? Ja, wieder neu auf dem Schiff. Okay, dann müsst ihr hinter uns sein. Glaub ich. Oh, ja. Ganz ehrlich, ich hab die Orientierung verloren. Wo ist hinter uns? Ja, hinter dem Spawnpunkt. Ja, total. Das war cool. Ich weiß gar nicht, wo wir waren, wo wir gestorben sind. Zum Angriff. Ja, ich kann hier. Warum haben wir schon wieder ein kaputtes Seil? Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Auf wem schießt'n du? Alter, Sack. Alter, wir werden gerammt. Wir werden gerammt. Reparieren. Scheiße, warum geht denn das? Ah, scheiße. Jetzt werden wir gerammt. Oh, scheiße. Okay, oh nee. Wir werden gerammt. Wo ist die scheiß Pumpe? Wo sind die Löcher? Da vorne ist das Seil kaputt. Pumpen, 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 Pumpen. Geil, wie das Wetter spielen am Tag spielen wird, ne? Ja, es gibt ja Level am Tag. Ja, aber ich meine die Runde jetzt. Weil die Runde... Achso. Ja. Alter. Wir haben sieben Löcher. Warum haben wir schon wieder zwei Löcher, Leute? Oh, gut, 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 gut. Oh, die Engler sind neben uns. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh, warte, dreh dich gut, dreh dich. Ja, und los. Ein Löcher weg. Nein, du hast dich ein bisschen falsch gedreht, mein Freund. Oh, unser Käpt'n ist tot. Sag mal, wir kriegen ein Loch nach dem nächsten, ey. Nehm doch die verkackte Kugel. Alter, bin ich gerade der Einzige, der hier Löcher fixt? Oh, fuck. Oh, ne, mich hat's auch nicht drunken. Oh, wir gehen schon wieder... Pump den Scheiß. Ah, wir gehen unter. Scheiße, schon wieder kaputt. Okay, für uns war's das, glaube ich. Komm, pumpe. Oh, ist's vorbei. Ach, nö. Die Engler gewinnen dauernd. Bande. Ich bin immer so schlecht. Ja, mir geht's genauso. Aber es herrscht doch keine Ordnung auf... Aber es herrscht doch keine Ordnung auf...